herzlich willkommen zu einer weiteren folge fürs einrichten melis furnished ist mal wiederum strot also ich habe im offen bisschen was abgeändert und zwar lampen habe ich erst mal dran gemacht die fackeln habe ich alle abgemacht hier habe ich eine tür reingemacht jetzt kann man hier in die dusche reingehen und sein wasser genießen ich hätte da auch ein knopf drunter setzen können ich doodle ist ja auch egal so das ist aber nicht heute unser aufmerksam der haupt mehr aufmerksam jetzt ein irgendwie will das nicht ganz so wie es soll ich sehe gerade irgendwas anscheinend war keine ahnung was youtube da von mir will mein ob er ist scheinvoll gewinnt ich bin auf dem spielkopf gekommen anscheinend ja gut kommen wir mal machen so den kleinen flur klar kommt auch eine lampe rein ich habe mittlerweile ja das wahrscheinlich in der badezimmer schon gesehen so klapptüren darum gemacht das wirkt wie so eine lampe bin ich gar nicht mal so schlecht so und dann machen wir hier über die haustür eine und hier hinten über die noch etwas ja das ist ja natürlich nur der eingang aber an einem eingang stehen auch schuhschränke wie wir ja wissen und ich dachte mir ist weiß du bist ja was nein nein und noch mal nein ich habe ja von diesem club dann machen wir das so so nochmal wieder weg und dann haben wir einfach mal ein paar solcher dinge hier so dann nehmen wir unsere klapptüren und platzieren die an den seiten das funktioniert auf einmal funktioniert das naja seid ja lustig und schon haben wir ein flur etwas egal artiges stehen das passt zum anderen stil zum stil der wohnung und daher gerade überlegen ob ich immer eben wegnehmen und dann hier oben drauf platzieren so als kleine lichtquelle ja und schon haben wir ein schuhregal natürlich sind in einem flur nicht nur schuhe sondern auch eine kaderobe und zwar machen wir die folgendermaßen habe ich ein ja habe ich jetzt ruhig die treppen natürlich nach oben was ich eigentlich gar nicht wollte wir setzen uns einen erdblock einmal das ich brauche noch einen zweiten erdblock das ist ein erdblock und zwar können wir dann hier und dann suchen wir das war den da weg ich doch dass ich den krieg mir noch eine hin und dann ja jetzt okay jetzt habe ich nur noch drei streifen wollte ich da nicht hinsetzen das funktioniert natürlich mal wieder nicht somit steht auch das hier ein lampen mäßig haben wir genug da stellen wir oben auch noch mal welche drauf wenn wir die eine hier weg tun und dann haben wir einen flur mit schuhstrang und einem schrank hier auf der seite würde ich jetzt mal nichts machen das einzige was wir eventuell machen könnten sind ein paar regale aber selbst da bin ich mir nicht sicher ob wir das machen lassen wir weg weil ich brauche ja noch sachen für ja und so hätten wir jetzt eigentlich schon wir gehen jetzt mal rein auch mal so klingeln und dann hätten wir einen wunderschönen also mir gefällt ja persönlich aber das war eigentlich nicht das was ich machen wollte das war jetzt eine spontane sache und zwar ich merke gerade dass ich eine tür zu wenig habe da kommt noch eine hin und da kommt eine hin und ein schlafzimmer hat jetzt keine tür aber ja sogar zwei türen im grunde ja machen wir später so ampeln an der wand so ja unsere haupt aufmerksamkeit gilt jetzt dieser ecke hier und zwar können wir diese komplette ecke ausnutzen das heißt von hier bis hierhin küche machen wie ihr seht ich habe jede menge holz wir werden eine wunderschöne akazienküche bauen wir bauen uns das jetzt erstmal ein bisschen vor natürlich darf ja was nicht fehlen sondern darf natürlich in jeder küche nicht fehlen aber das soll uns jetzt erstmal nicht stören wir werden eine mischung aus marmor und akazienholz machen weil ich finde das holz unheimlich schön muss ich muss ich dazu sagen gefällt mir sehr gut weiß ich habe die halben böden hier alle aus holz gemacht aber ist ja auch nicht schlimm die kann man ja abändern indem wir einfach mal hingehen und es einfach austausch und zwar hauen wir da jetzt den marmor boden rein da sieht man es ja nicht so also als erstes jetzt 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 hat es funktioniert so und dann haben wir einen kühlschrank so obendrauf würde ich dann doch gerne die hier weiter nehmen mit chef benutzt werden muss so dann könnte man das ja jetzt ein bisschen weiter führen dann hätten wir hier schon mal ein bisschen schon so natürlich darf in einer küche natürlich nicht das waschbecken fehlen ein waschbecken so einmal da einmal da dann einmal das dann müssen wir natürlich direkt hier unten den buden auch wieder austauschen weil das sieht man ja dann also alle offensichtlichen stellen ja ich glaube darunter machen wir das auch mal weg aber ist ja nicht so schlimm rot immer und dann haben wir hier unser waschbecken was natürlich auch nicht fehlen darf ist ein erd den hauen wir mal hier hin ich habe das hier und wie sieht das doch so was für etwas darf natürlich nicht fehlen eins zwei drei und dann haben wir unsere bücher und wie haben wir dann jetzt einfach mal jetzt fragt ihr euch natürlich warum tut sie da bücher vor bücherregale werdet ihr gleich sehen weil ich die knöpfe wirklich geholt habe ich brauche noch mehr rahmen und ich habe keine mehr sollen wir uns aber nicht weiterhin stören wir haben schon eine halbe eingerichtet weil wie gefällt mir das sieht fancy aus so dann noch ein paar lampen in die ecke ich habe gerade eine idee ich habe gerade eine idee einmal so jetzt brauchen wir einmal eine erde als temporäre blöcke so dann muss ich noch den boden austauschen und dann einmal dazwischen und schon so eine wie so eine nische ich bin gerade im überlegen moment ja ich weiß aus der lust und das eigentlich nicht aber ich bin jetzt relativ egal natürlich mache ich die küchen oben an der also sollen nach möglichkeit alle anders sein da kommt noch eine hin ja das heißt ein bild fehlt mir jetzt da könnte man weg machen da drauf dann sieht das schon wesentlich besser aus ja dann können wir da hinten nämlich in diese ecke auch noch einen so einen block reintun ja und im endeffekt wir haben ja hier noch vielleicht natürlich gar nicht aber ist ja auch egal ihr wisst was ich meine das passt doch wunderbar und den hier dann würde ich sagen ich mache jetzt erst mal hier so ein cut bevor wir die zeit noch dingens und dann hole ich mir das funktioniert nicht das was ich brauche nein das funktioniert nicht in der runde genommen ist das wie eine dunstabzugszauber und die ein bisschen tiefer setzt und dann könnte man ein jeder dunstabzugszauber hat doch auch so wunderbar so dann würde ich sagen ich mache jetzt erst mal hier so ein cut bevor wir die zeit noch dingens und dann hole ich mal eben ein paar knöpfe und dann machen wir noch die knöpfe da dran vielleicht schaffe ich es noch moment moment hier haben wir eine ecke das ist doch das gefällt mir eigentlich wesentlich besser da lassen wir das da können wir so klepptüren vor tun ein paar stück ja ein paar teppiche fehlen mir ja noch aber das ist egal ich hole jetzt eben noch ein paar knöpfe und dann sehen wir uns gleich oder beziehungsweise hören wir uns gleich wieder bis gleich so ich habe uns dann mal die restlichen Sachen besorgt und zwar haben wir ja gesagt wir brauchen noch bilder machen ich habe mir noch mal drei stück gemacht einer kommt hier hin und der andere kommt dann noch dahin die knöpfe habe ich natürlich auch mit und zwar werden die einfach mal hier so angetan als geöffner das sind einfach die schranköffnungen ja für teppich hat es nicht mehr gereicht aber ihr wisst ungefähr wie ich das hier machen wollte und ich sehe gerade ich könnte hier ja auch das sieht so abgeschlossen aus ja und so haben wir eine wunderschöne ich in meinen augen finde eine tolle küche ein bisschen weiß abgehoben könnte ich hier in der ecke auch machen ich weiß nur nicht ob die sich miteinander verbinden wir können es ja mal ausprobieren entweder funktioniert oder es funktioniert nicht dann haben wir nämlich da einen kontrast zu dem hier und dann passt das eigentlich und ich würde sagen meine küche steht ein läppchen können wir noch drauf stellen und zwar hier und dann haben wir ja noch hier das können wir natürlich auch ein dahin stellen zum beispiel und ein dahin und dann haben wir welche so weiter und so fort jetzt könnte man eigentlich hingehen und hier oben jeder zwei stelle dann haben wir hier noch eine hin und dann haben wir ja noch schönen pflanzen die hauen wir dann einfach mal oder rein dann haben wir noch drei davon passt perfekt aber hier und sollen keine rein und schon wenn wir elf sieben machen wir haben nichts zu spüren ja und das würde ich sagen das ist dann diese wundervolle offene küche im anschluss sollen hier noch tische und wohnbereich sein ein schlafzimmer und noch ein schlafzimmer da werde ich jetzt mal eben die türen setzen und ja dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten mal wieder wenn ihr bock habt würde ich mich tierisch freuen ihr wisst was auf die zukunft wenn ihr wissen wollt wie ich das badezimmer gemacht habe dann schaut doch gerne mal in die folge mit dem badezimmer rein ja und wenn ihr wissen wollt wie ich das ganze hier baue dann schaut doch gerne bei bei lbss vorbei und ja wenn ihr ganz ganz neu seid würde ich mich natürlich freuen wenn ihr ein abo da lassen würdet einen daumen nach oben ja und eventuell einen kommentar am besten gerade einen kommentar weil diesen finde ich lebst wichtig ja und dann unterhalten wir uns gerne in den kommentaren wieder und ja wenn ihr wissen wollt bilder kommen auch noch ich finde also die wände bleiben nicht karl da kommt noch einiges dazu und dann sag ich mal bis zum nächsten mal